Die Botschaft von UFMUN20 für Leute, die durch eine Lebenskrise gehen, ist auf jeden Fall reden, weil reden hilft und reden rettet auch Leben. Mein Name ist Katrin Warstadt. Ich bin Standortleitung von UFMUN20 Emsland. Zum einen gehen wir mit Tabuthemen an die Öffentlichkeit, wie Suizid, psychische Erkrankungen und Krisen. UFMUN20 Deutschland ist vor 15 Jahren in Freiburg gegründet worden und zwar vom Arbeitskreis Leben. Die haben seinerzeit gemerkt, dass die jungen Leute unter 25 nur sehr selten in die Beratungsstelle kommen und dagegen steht einfach der Fakt, dass im Schnitt sich 600 junge Leute in Deutschland jedes Jahr das Leben nehmen unter 25. Und die Idee war dann, um diese Leute zu erreichen, dass sie eine Online-Beratung anbieten. Im Hintergrund arbeiten durchaus Profis, also Leute, die Psychologie studiert haben, soziale Arbeit oder auch Sozialwissenschaften. Im Vordergrund stehen bei uns aber die jugendlichen Peers, die die Online-Beratung übernehmen. Sie sind einfach näher an der Zielgruppe dran und können Probleme aus dieser Alltagsspanne einfach besser nachvollziehen. Die E-Mail selbst schreibt jeder Peer-Berater selber. Sollte die Person aber mal nicht weiterkommen, kann sie sich jederzeit an mich wenden, aber auch in ihrem Peer-Team dann nochmal nachfragen und zum Beispiel auf einer Supervision dann die E-Mail dann mal zentral in den Mittelpunkt stellen und sich dann Ratschläge zu holen. Also die wichtigste Unterstützung, die wir bei U25 haben, sind unsere Peer-Berater. Ohne unsere Peers würde das Projekt gar nicht funktionieren, weil die sind unser Herzstück. Und natürlich kann uns jeder auch noch im Privatleben unterstützen, indem er mit dem Thema psychische Erkrankungen offener umgeht und halt auch hinschaut, wenn es mal jemanden schlecht geht und nachfragt. Unsere drei wichtigsten Ratschläge sind, dass man auf sich selber achtet, aber auch auf die Person achtet, der man helfen möchte. Dann zuhören. Und als drittes ist es immer nochmal wichtig, dass man jemand Drittes dazu holt, weil das Thema Suizid ist nichts, was man alleine bewältigen kann. Man kann rund um die Uhr mit uns in Kontakt treten. Wir haben eine Internetseite, die man unter u25.de erreichen kann. Und dort findet man zum einen viele Informationen zu den Themen Suizidalität, psychische Störungen, aber auch zum Thema Therapie. Und zum anderen findet man dort unsere Online-Beratung. Das schönste Feedback ist eigentlich immer, wenn wir gesagt bekommen, schön, dass ihr da seid. Weil häufig hören wir von unseren Klienten, dass sie gerade niemanden zum Reden haben oder denken, dass sie niemanden haben, mit dem sie reden können und dass sie uns dann anvertrauen, dass wir halt eine Anlaufstelle sind, wo man einfach mal alle Gedanken loswerden kann und einfach mal alles aussprechen kann, was einen gerade beschäftigt. Zum einen ist es natürlich schön, wenn man merkt, man kann anderen Menschen helfen, auch durch eine schwere Lebenskrise. Man fühlt sich auch riesig durch die Arbeit im ehrenamtlichen Team. Also die Arbeit mit den Ehrenamtlichen lässt einen schon riesiger werden, weil es eine tolle Erfahrung ist, so ein schwieriges Thema so toll auffangen zu können.